Russland traf am Montag das Hauptkinderkrankenhaus in Kiew mit einer Rakete mitten am Tag und feuerte Raketen auf andere Städte in der ganzen Ukraine, wobei mindestens 41 Zivilisten bei der tödlichsten Welle von Luftangriffen seit Monaten getötet wurden. Eltern, die Babys in den Armen hielten, gingen nach dem seltenen Luftangriff mitten am Tag erschüttert und weinend auf der Straße vor dem Krankenhaus. Es war beängstigend. Ich konnte nicht atmen, ich versuchte, mein Baby zu bedecken. Ich versuchte, es mit diesem Tuch zu bedecken, damit es atmen konnte, sagt Svitlana Kravchenko, 33 Jahre alt. Präsident Volodymyr Zelensky, der auf dem Weg zu einem NATO-Gipfel in Washington in Polen Halt machte, sagte, dass die Zahl der Toten 37 betrug, darunter drei Kinder. Mehr als 170 wurden verletzt. Die Gesamtzahl der Opfer aus verschiedenen Regionen, die am Montag angegriffen wurden, erreichte jedoch mindestens 41. Zelensky schrieb auf der Messaging-App Telegram, dass mehr als 100 Gebäude beschädigt wurden, darunter das Kinderkrankenhaus und eine Entbindungsklinik in Kiew, Kindergärten und ein Geschäftszentrum sowie Häuser. Die russischen Terroristen müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb er. Das Innenministerium sagte, dass es auch Schäden in den zentralen Städten Krüveri und Dnipro sowie in zwei östlichen Städten gegeben habe. Die Regierung erklärte den Dienstag zu einem Tag der Trauer für einen der schwersten Luftangriffe des Krieges, der ihrer Meinung nach zeigte, dass die Ukraine dringend eine Verbesserung ihrer Luftverteidigung mithilfe ihrer westlichen Verbündeten benötigte. Die Luftwaffe des Landes sagte, die Luftabwehr habe es geschafft, 30 von 38 von Moskau abgefeuerten Raketen abzuschießen. Ein Online-Video, das von Reuters bereitgestellt wurde, zeigte eine Rakete, die auf das Kinderkrankenhaus fiel, gefolgt von einer großen Explosion. Der Sicherheitsdienst der Ukraine identifizierte die Rakete als einen KH-101 Marschflugkörper. Die Militärbehörden in Kiew sagten, dass 27 Menschen in der Hauptstadt gestorben seien, darunter drei Kinder und 82 bei der Raketenserie und einem weiteren Angriff, der zwei Stunden später stattfand, verletzt wurden.